Noch ein ordentlicher Schutz Koffein, dass das hier auch klappt. Schutz Koffein? Ey, was haben wir eigentlich für eine Schwierigkeitsstufe ausgewählt? Ach, ich hab keine Ahnung. Ja, dann gehen wir mal. Ja, let's go. Was soll's, Alter? Ist doch eh ein Easy-Spiel, Alter. Jeder Lappen, der in dem Spiel Probleme hat, ist einfach ein Lappen. Hier ist auch die Tür offen. Und hier ist ein Pentagramm im Keller. Ganz klar, welcher Dino. Das kann nur ein Terezinosaurus sein. Ich hätte jetzt auf Raptor getippt. Nee, hä? Raptor und Pentagramm macht ja gar keinen Sinn. Kannst du ihm was sagen? Ah! Äh, das Licht flackert. Äh, dahinten steht er. Och Mann, wieso hab ich jetzt keine Cam mitgenommen? Oh, die Lampe ist kaputt. Uhren! Aha, Fußabdruck und wir sind raus. Sind wir raus? Ja, ja. Wir haben Dots und wir haben die Geisterbox. Es ist ein Phantom und wir haben mal wieder gewonnen, wie immer, weil wir einfach die geilsten machen. Motherfucker! Aber Räucherwerk könnten wir noch einmal machen. Kriegen wir noch ein bisschen extra Cash, hä? Sehr gut, let's go! Du bist ein Arschgesicht! Hä? Nee, schnell, schnell! Ich hab die Busch angezündet, schnell! Diese Runde. Ach nee, weißt du was? Weißt du was? Wie wärs denn mit einem coolen Farmhaus? Ey, was ist das für nebelschleier da oben? Hä, was ist das? Ich hab was gefunden. was hast du gefunden nichts wissen ich hab irgendwas ich sehe dich dann bin die tür ist zugegangen er rennt mir hinterher in tod hat das jetzt so viel sanity gekostet ich denke schon sind überhaupt gestorben gegenüber also wenn du den raum raus da ist gerade aus da irgendwo hinter der ecke hallo rede mit mir wo bist du will slim shady please stand up ah ja da war noch nicht ins buch geschrieben oder sonst schreibt ins buch mara sagt das spiel sie sich um diesmal gibt es echt nicht viel geld wir probieren es noch mal in der schule die schwule schule let's go ich geh links du gehst rechts gar nichts hier nach hin hallo da ist machen das andere leute alter in so großen tingern schneiden nur die guten stellen rein ja ist red mal mit mir gleich die sprechbox dabei ich glaube ich habe vergessen beim parabol mikrofon batterien rein zu machen das ist es erstens die jagt weil ich habe sie gehört sie kommt auf mich zu kurz rausgehen und sanity nehmen ja das können wir die jagt jagt aber auch lange ja minus 9 grad oh scheiße sie jagt oder oder doch doch lauf weiter aber ich habe es abgehängt nein doch nicht scheiße was passiert denn da hinten die rennt mir die ganze hinterher die rennt grad zu mir jetzt ist weg du hast doch gesagt sie ist auf dich zu gerannt oder nach dem gefühl ich war mir nicht sicher weil es gibt einen geist der okay sie hat den raum gewechselt bin tot hä sie hat nicht den raum gewechselt nimm das sanity lieber die kommt schon wieder achtung sie ist in der turnhalle irgendwo ja da bin ich auch aber sie ist sehr langsam gerade eben war sie viel schneller ja bei mir jetzt ist er weg willst du mich verarschen die jagt schon wieder erst mal licht anmachen hier in der bude ja hallo willst mich verarschen das ist halt easy der hantu hantu haa großes farmhaus sag ich bin sowas von rettich alder das stimmt volle lotti karotti hast du gerade klavier gespielt ja hast du hier eine tube hingeworfen nein erzähl mir doch mal eine geschichte es ist ein raum hinter diesen orbs da ist da ist da ist da ist dort auch ich glaube es wird mal zeit für die die kamera alter ich mach zwar ein paar fotos vom geist oder der mich nicht vorwarnen können hätte ich ein foto von dem uhren gemacht ich glaube der ist auf dem klo gestorben wie ein versager in lucky luke alter hat es zählt das foto als ob das nicht gezählt hat ich sehe sogar auf dem fotos die dort aha ich habe ein geisterfoto stern über bethlehem zeig uns den weg er hat das wasser schmutzig gemacht hey pust die kerze aus jetzt nochmal gewischt cash geld hab dich noch mal was ist denn da los die ganze jetzt sollten wir gehen naja gehen wir wie viel geld bringen die bilder ich habe doch viele bilder gemacht 42 immerhin ende gelände wochenende wo kann ich damit battleflip challenge voll cool